Zwei Tage später, Drabbs legendäre 3 Minuten und 30 Sekunden. Sie sind... Ich lese nicht sehr viele Seiten, aber ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft spieloffensiv oder dynamisch offensiv wie Bayern. Das letzte Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Ziegler ist ein bisschen mehr Mehmet und mehr Basler. Ist klar, diese Wörter ist möglich. Ich verstehe, was ich gesagt habe. Dann, offensiv. Offensiv ist, wir machen wie im Platz. Zweite. Ich habe erklärt, mit diesen zwei Spielern, Nackt, Dorn und Blau, vielleicht halbzeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaft gesehen in Europa nach diesem Mittwoch. Ich habe auch zwei Tage der Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sei, was passiert im Platz. Es gibt die Spieler wie zwei oder drei. Diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder gespielt Balder oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum die Italiener Mannschaft nicht diese Spieler kauft? Weil wir haben gesehen viele Male zum Spiel. Haben gesagt, sie sind nicht Spieler für die italienischen Meisters. Struz. Struz. Struz ist zwei Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verlässt. Was erlaubt? Struz. Lestes Jahr ist er Meister geworden mit Amann in der Liga. Dieser Spieler war ein Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verlässt. Er hat gespielt für uns, was er spielt in diesem Verein. Sie müssen die anderen Kollegen respektieren. Sie haben viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Sie haben keine Mutte an Worten. Aber ich weiß was denken über diese Spieler. Sie müssen sagen, es ist wie Samstag. Diese Spieler müssen, sagen Sie mich, sagen die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Sie müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde, jetzt erwarten diese Spieler. Ich verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld. Über diese Spieler. Einige Mario, eine andere Mehmet. Struz, ich spreche nicht, hat gespielt nur 25 Prozent des Spiels. Ich habe fertig. Wenn ihr das gerade fragen, kann ich die Worte wiederholen. Worte die Fussballgeschichte schrieben, nichts war mehr wie zuvor. Nichts war mehr wie zuvor.